Ich bin Elisa. Das Schönste an meinem Beruf ist das Flexible eigentlich oder das Überraschende. Man hat niemals dieselbe Situation. Der Welt wollte ich schon immer mal bei meinem Beruf erzählen. Das ist entgegen der Ansicht, dass es ja auch mal hektisch ist und dass viele vielleicht denken, dass es weniger Spaß macht, weil es einfach sehr anstrengend ist, dass der Beruf einfach unglaublich viel Spaß macht. Bis zum nächsten Mal.